Hallo, wir zeigen euch hier die Faszienübung zum Ausrollen der Brustwirbelsäule. Ihr legt die Schulterblätter auf die Rolle, die Beine sind aufgestellt, hebt das Becken nach oben an, nehmt die Arme mit nach oben Richtung Decke und dann über den oberen Rücken rollen und auch wieder zurück den Kopf. Leicht angezogen, ein leichtes Doppelkinn machen und in eurem Tempo hoch oder runter. Vielen Dank.